Nein, jetzt hältst du die Schnauze! Kappi, bitte, ich will auch grillen. Nein, jetzt hältst du die Schnauze! Gehobert, äh, Ticke! Was hast du denn? Ja, ich hab' den Schnauze! Was ist denn aber doof? Wer kann denn das mitmachen? Auf der Bass? Für den Tabatsch, der. Ich hab' ja so viele Schnäppchen gekauft.. Ja, aber eben Schnäppchen ins Gedoundes. Egal, ich hab' ee nach oben drüber, und ich will das Geld wieder heim. Was? Wir brauchen... ... was zu flüssig ist. Da oben... Da oben haben wir uns das benutzen, finde ich unnötig. Was passiert sowieso so häufig, dass man da gar nicht nach oben macht? Was? Es fällt! Wow. Was? Was kommt noch? Ne? Was ist das? Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Nervöslich! Ist halt immer schwierig! Setzt hier das Volumen ein? Und so. Will ich euch? Wieso will ich Geld? Kauf nicht. Lieber nass. Wieso, Burner? Wieso? Ich hab das überhaupt nicht gedacht. Ja, ja. Das ist ja ein bisschen was vorwider. Aber ich glaube, man. Ja, oder? Keine Ahnung. Ich muss die Stelle jetzt zurück wollen. Das ist ganz dick groß. Was? Und der Nass. Ja. Wenn du gerade sind, das weiß ich nicht. Da rausgeschmissen ist gar nichts. Was? Wollt ihr auch schon bald rein? Ja. Du sagst nicht falsch. Du hast es noch nicht geholfen. Und dann kommt so was. Ich wollte nur noch nicht. Du weißt du ja rein. Ja, wieso? Du wartest doch nicht neu. Ich hab ihn nicht bekommen. Ich wollte auch nicht. Die ganze Zeit. Sogar zwei. Ja. Ich hab aber nicht drin. Na, du hast doch noch angefangen. Stimmt's? Ja. Du hast doch noch nicht angepasst. Ich hab's doch nicht mal eingekauft. Ich hab den einfach druck. Ich hab den einfach gedruckt. Ich hab den einfach gedruckt. Hier. Ich hab den einfach gedruckt. Ja. Ich hab den von mir kein Fall. Was ist das so gesagt? Yes! Hör aus! Das war das Witz im Warnes-Ges. Als ob... Ja, erde nicht! Das war der Zitter der Scheisse! Das war er! No! 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 Was ist das immer noch blöd? Was ist das? Loll, Lächerlis! Ich bin blöd, voll! Ich hab keinen einzigen Grein gemacht, das ist... Ich verliere jetzt langsam sogar noch den Windenspielschläppen, wenn's so weitergeht. Ich glaub hier haben weniger... Ja, doch! Oh! Nein! Das ist sowieso nicht eindeutig! Wie zu heftig sind auch so schlecht! Ich wollte... auf das Glücksfeld glauben! Kann ich auch so etwas zuschauen? Was hast du alles zu tun? Ja, ich setze mir halt dann gleich... Ich werde dir das glauben! Wenn ich gar nicht... Was hast du denn? Ob das du es glauben kannst! Geil, ne? Ja! Du bist ja eigentlich auch gleich... ... ich hab keinen Schlagel. Ich hab keine Schlagel... Jetzt, was wir jetzt... Ich hab ja ne neun gelürfelt, auch nicht bevor die, also eigentlich... Vielleicht muss das Zeug probieren ausfällen. Aufwägheit im Einsatzstirn. Es war eine Objasele-Lost-Aktion. Ich hätte auf jeden Fall lieber den Bonbon wieder oben das noch mitgekommen. Weil ihr bekommt jetzt zu nerbarsten FD-Random-Allabouts. Ja, aber man muss schon sagen, gut gedigst hat sie. Du hörst schon, aber wie hoch war die Wahrscheinlichkeit dafür? Was jetzt könnte ich bekommen, wenn es nicht auf 10 begrenzt werde? Oh, 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 oh. Ich hab die Heizbeladen aufgeslubt, also eigentlich fand ich das dumm. Gefühlsprich. Spannend und unterhaltsam ist es aber auf jeden Fall. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, wenn andere nicht. Ja, ja, Gefühls sind fünf Sterne. Ja, das heißt gar nicht so, dass du noch ein Duell nicht genommen hast. Aber ich müsste eigentlich voll noch ein Duell geben. Das war die Töne. Ja, morgens. Dann treten wir auf den Tisch nach Felder an. Da war ich doch auch schlecht halt, oder? Nee, du warst einfach gut, wenn das schlecht ging. Brab mir das schlecht! Eben fast ein wenig Endes seit der Eskalation. Puh, seh, seh. Aber es reicht. Hallo, ich habe noch einen neuen. Oh, die letzte 5-Hunde beginnt. Oh, die letzte 5-Hunde beginnt. Oh, die letzte 5-Hunde beginnt. Wir geben immer alles und noch etwas mehr. Also, dieses Modell hat eine sehr gute Hand. Jetzt mit 50% auf alle Wollengläser. Bei Apollo und auf Apollo-D. Nur noch 5-Hunde in der Abzug. Oh, das war ja ein geil Schleiz. Ja, man. Wir haben richtig gute Views und Likes. Momentan 6-1. Das spiegelt nicht ganz in mir verlaufen. Ja, aber wir können ja ein bisschen was ändern mit Wohltaten. Ja, ich denke nicht. Und das bedeutet... Und das bedeutet... Ihr Willkommen dahin. Weil wir morgen umsonst... Auf die Erde. Nutzt es aussehen! Spam mir Kisch! Habt ihr nämlich um etwas 7-H Cleveland gesehen? Ja... Und damit haben wir ja ein paar 7-H halles geschaltet. Und dannoll. In der Tat. AHH HA HAAAAAAAAAAAAAAH! Ja klar, was... Ja, Rekro! Das sind noch mehr rote Dinger. Das heißt, die wir da in der Healthy Event. Die müssen jetzt viel Kohle bekommen. Ja, keine Leckro. Und dann kommt dieses Laufe auf. Oder ausgesorgt. Wow, mach ne 10. Ausgesorgt für 10 Jahre. Haaaaaaag! Aus dem Würfel sitzt du den letzten Schmutz. Der 1 oder so. Ja gut, das ist nicht einfach. Warte, alles durch auf den Kopf. Nein, doch nicht. Trotzdem zwei Säcke. Wird aber natürlich heftiger sein können. Das auf jeden Fall. Wir haben den Schnellwürfel von Longline. Verdammt. Kauf mal eins. Warte, ich hab's noch nicht gebrochen. Warte, ich hab's noch nicht gebrochen. Warte, was ich noch nicht gebrochen muss? Ich hab's noch nicht gebrochen. Vielen Dank. Jaaa! Ist okay. Nicht okay. Erlastend. Na, du wollte! Ey, kannst du rein? Ich weiß, wie ich kann. Aber ich kann nicht mehr sagen. Nein, ich hab's nichts mehr gehabt. Wir sind zu teuer! Ich habe nicht nur auf dieses Zeitpunkt gesagt, dass es total ist. Ja, was willst du? Du hast uns eh schon in dem Wort gestopft. Jaaa! Das ist richtig. Schwimmerwetter auf Donkey Kong. Komm doch immer nach vorne. Ah! Das ist doch bestimmt mein Lieblingsgewöhn. Jaaa! 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 Willy! Jaaa! 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 Ja, ich bin ganz gut, ich bin ganz gut. Das ist mal wieder richtig, ich bin in die Stühle. Ich verstehe das nicht, meines Mal. Ja, dann setz ich mal den Null-Ein-Bombon ein. Ich weiß. Ist egal. Du musst erst gewinnen und dann musst du noch schnell gucken. Ja, und du weißt natürlich, der Trick. Weißt du auch, meines? Ich hab's dir gesagt. Du klingt was auf den Leuten, wenn du sagst. Ja, ich kann's dir auch gar nicht mehr weiter. Aber jetzt gewinnt erst mal. Aber bei den Draht sind wir im Nuss, die gibt ganz nichts weg. Ich weiß nicht, was ich glaube, man ist nicht gut. Bei 9 Uhr, wir haben uns nach vorne. Das geht sich ja so. Gibt es ja bei 7 Chits, wie man sich das vorstellt. Das ist von Werner. Und mach nochmal. Und glaub mal, das wird ein Eisenbahn. Was ist das? Eigenwerbung. Oh, die Leute, die Klamotten nicht. Daumen hoch, wenn ihr das sind freundlich. Ihr könnt auch, ähm, die gibt's mit der Videobeschreibung am Link. Twitch Prime Service Ära. Und, ja. Ja, komm, jetzt lesen. Genau. Boah, stell dir einmal die Beschreibung und check dir mal an, dann denkst du es sehr gut. Ja, jetzt geh ich auf den Regeln. Achso, jetzt geh auf den Regeln. Denke das Retro-Schiff als erster herbei, denkst du, so wild du nur kannst. Schnelle, kurze Atembewegungen sind am effektivsten. Da muss ich wieder mit rein. Aufwand. Du bist ja die ganze Chance. Ich hab's glücklich noch nie gespielt, was das so spielt. Die kennen das nicht. Nö, 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 Nö. Und, ja. Komplacke aus der neuen Hand. Nö, 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 Nö. Aber wie geil ist mitzutun der Name des Spiels. Einige mehr. Der Sokom-Mach-Zu-Spieler, wo ich hier keine Chance habe. Ihr könnt ruhig ein bisschen Geld abgeben bei uns. Das ist ein Motorboot, weil ich hier lebe gerade. Ach so, das war ganz fair. Ich habe noch ein paar Worte zum Sexschutz. Ich bin verdient. Komm, Leute, dann. Würfel mal eins. Eins. Alles doch! Oh, das ist noch eine Nulle! Ja, und noch so'n Bonbon! Oh, ich weiß nicht, ich möchte das denn nicht gehen! Ja! Ja! Mona, ich wäre schlaupt als einen und wir wären hier irgendwann zu arbeiten! Ja, du bist ein Brabant! Jetzt legen wir einen Training-Joll-Den-Test-Rappen-Bombop! Jetzt machen wir das recht, den hat den Klor-Den-Test-Rappen-Bombop! Wie ist alles? Was ist denn das? Wie ist das? Es ist das? Nächstes Fight-Bombop! Neen Oder Es hat sie mit Verheirat Sie hat es schon für Mostly gekauft, verkauft die Grogs. Die hat dadurch im Shop Geld gelassen, aber es ist trotzdem bemüht. Der Shopsterngriff hat gestoppt. Das bringt uns, das bringt uns nicht mehr so vielmals. Ramp die Balance, die Zaubergenaufe. Welche Farbe macht ihr aus? Ich erinnere mich, da es war. Riecht die Balance, die der Farbe eures Teams entspricht. Zum Platz. Der gegnerischen Team. Ich hab doch gesagt die eigene. Oder? Nein. Oh, das ist das andere gesagt. Doch, ich glaube schon. Habe ich denn vielleicht ein neues Charakter aus? Ja, dann würde ich auch. Ich versteh mich, dass wir mit einem Serial bleiben. Na? Also, noch mal lesen. Ich verlob, dass ihr die Farbe eures Teams entspricht. Zum Platz. Okay? Okay, dann mach ich mal. Ja, so. Zwei Farbe, ja. Ja, vielleicht. Das ist gut. Das muss man nicht runter zerstören. Richtig. Ja. 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 Knack den Aldi-Jackpot. Einfach mit 15 Euro einkaufen. Slow-Scan wird und täglich bis zu 3000 Euro gewinnen. Der Aldi-Jackpot. Also hot und nur für kurze Zeit. Aldi. Gutes für alle. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, das ist nur das Aufklagen für echt. Du hast es halt reißen wollen. Das ist so viel Zeit, wie kannst du dir so viel Pech anziehen? Die Garten, das ist doch doch nicht klar. Das ist einfach nur das, was man auch immer lachen kann. Fällig schon gelangen. Das war der letzte Tropfenhoff, nein, das war keine Hoffnung. Die Hoffnung hat sich immer noch abgefahren. Ah, bis jetzt. Bekleidet das auch. Das ist wirklich nicht. Das ist wirklich nicht. Wobei am Ende Grimmüfe reichen, durch diese dämlichen Käufe, die wir nicht verkaufen. Spiel dreimal Bonbon. Könnt' ich mir gut vorstellen. Wir sind dabei, dass wir hier nicht anstehen. Ich hab' die Freunde, dass wir hier nicht passen. Es ist wahnsinnig toll, dass das Spiel halt krass anerletzt ist. Ja, was? Ich hab' den Racken und ich habe die Vanillen, das ist interessant, es ist nichts mehr zu tun. Ich hab' die Chance auf den Rotbox. Ich hab' den Racken getragen. Ich hab' den Racken und ich hab' die Chance auf den Fossil. Ich hab' den Racken und das ist wirklich auch alles gekriegt. Einzusitzen, aber das ist alles Takt. Muss jetzt sein. Und Schmutz. Ja. Okay, klar. Ich muss jetzt mal die Räume. Ich muss jetzt mal die Räume. Ich weiß. Was? Ich muss jetzt mal die Räume. Ich muss jetzt mal die Räume kommen. Ich muss jetzt mal die Räume kommen. Ich muss jetzt mal die Räume kommen. Was ist das? Ja, ich muss jetzt mal die Räume kommen. In diesen Räumen ist das gelaufen. Ich will raus, die haben zum Zauber. Weg mit euch. Ich muss jetzt mal die Räume kommen. Ich muss jetzt mal die Räume kommen. Ja, ich sehe. Ich habe nur die Räume. Er hat das gehört. Er hat das gerade ernst gehört. Er hat das herausgefunden. Es ist super. Ich nehme nur die Räume kommen. Die Räume kommen. Das ist ein Räume. Das ist ein Räume. Ja. Juhu! Der Dinkzattel kriegt schon. Der Dinkzattel kriegt schon. Der Dinkzattel kriegt schon. Ja, was macht die? Ja, was macht die? Ich brauche euch dasselbe. Mach dich! Wo wollen die hin? Ja, wir gehen woanders. Dann kann man nur ganz eignet werden. Ich wollte es mir meine Kanälenbox holen. Ich hab dich noch aus dem Gettetel. In der Zeit! Komm mal, du hast dich noch geschnitten. Komm mal, du hast dich noch geschnitten. Ich erinnere mich ... der hat zehn russchirren ... Sie ist noch mal bei! Hey, hey, das ist so geil, das ist so geil Das sieht man ja auch schon Das sieht man ja auch schon Ja, der hat schon voll ausschaut Jetzt ist das so schön, jetzt ist das was, weil man LR fast Aber ich dachte, wenn der einmal gefasst wurde, ist er die 2-mal-Vergon Aber erstmal ist das halt super lecker Heuch, weil ich schon vor LR 50 bock auf könnte ich jetzt rollen Aber wenn der noch mal gut ist, das kam wir 2-mal nach Schere Oh mein Gott, das ist ein Lieder! Ich höre den Aufwand! Ganz einfach! Das ist ein Pass! Oh mein Gott, das ist krass! Auch traurig! Aber jetzt muss es halt! Komm nach der Rede, meinst du reißig? Ja, ich hab' ich heute mit mir gemacht. Ja, ich hab' ich heute mit mir gemacht. Nee, ich hab' noch seinen Schein mal gewusst. Auf keinen Platz! Das sind nur drei Steine von uns, die klauen lassen. Ja, und der Bowser-Fekt. Ja, und der Zwingt ist auch ein bisschen von Nachbarn. Ja, ich hab' die Mama auf den Kopf, die andere... Jo-je, ich hab' den Kopf, ne? Ja, ich hab' den Kopf, ne? Ja, ich hab' den Kopf abgeschrieben, in die Leidenschaft und hier ja... Ja... Zum Glück ist es... Einer hat das Lebensgeld... ...tein der Sparks vorbei. Ich weiß, dass er noch ein starkes Geld ist, der ist noch ein paar Arzt, der ist noch ein paar Sperger oder der Arzt, Die haben es nicht gejubbt, halt zu halten. Doch, ich. Es hält, es ist gerade so schnell. Die beiden werden ja gut rausgeweint sein. Oh, D.K. Ich hab hier kurz geweint sein. Du weißt, du weißt, es ist mir nicht unabili, ich hätte es noch rausgestellt werden. Krass. Ich hab hier rausgestellt. Du weißt, wir sind ganz zu groß. Ich habe nur noch süßesig. Blattes illum. als zweifel seines gab es nun. Ja... Dayf ligne. Ich hab dir fått. Ich hab hier nichtsurihat. Ok, wie geht das denn? Krass dich sagt an all어 akkor? Und behalten wir noch mal. Ja, sie sind ungefähr nicht Blindbegramm. Was heißt das? Lass mich immer mal aufhören! Du wirst es, glaube ich, nach dem LP-Makum nie wieder spielen. Ja, bitte. Ich bringe das nicht. Ich will keine Toten belieben. Wenn das wenigstens Bürger wäre. Oh, wie viel ist das denn? Oh, wie viel ist das denn da? Oh, wie viel ist das denn da? Hier ist ein Darts. Alles fein. Oh, das ist nicht alles gut. Wissen wir, egal, wir ist alles egal. Einfach, das ist gut. Amokado. Wiesel. Nein, nicht dahin! Darts. 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 Das wäre mich so in den letzten, kann ich nochmal an alle Städte anziehen? Ja, das safer wird. Das Spiel hat schon mit dem Open... Leihdeutig. Leihdeutig. Jetzt kommt Geld noch nicht zu holen, was ihr euch jetzt holen könnt. Genau, es ist so rausgeblasen. Ja, genau. Das bringt ja auch wohl. Oder wohl? Ach nee, die oben stehen. Halt auf Glücksbasis. So bekomme ich das mit, das ist weg und zu. Weiß ich nicht. Anscheinend die weiter hinterher ist. So bekomme ich das. Keine Ahnung, das ist so. Du darfst entscheiden, seist es du denn? Ja, nein, nein, das ist mir egal, seist es mir genau. Mach was du denn? Wenn du unterhalten, das war es, das war es. Ja. Ja. Toll, toll. Toll, toll. Oh Mann, oh 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 oh. Was ist der Leuchte, der hier folgt ist? Ja, weggelte ich. Schießen los, geh. Mein hier alles. Ja, komm doch Leute, ich schießen am Start. Ich weiß nicht, dass es der Samarkulasse ist. Ja, ich weiß nur, was ich richtig abschießen. Was ist so? Okay, teure geraden Großschüsse auf deinen Gegneranbereich, jetzt ist drei Treffer, das du kannst bestimmt von geraden Großschüsse zum Mittau, oder in deinen Gegner schwerer Bereich fahren zu fallen. Okay? Zwei gerade Schuss und ein super Schuss. Boah, noch mal 1. 2. Ich glaube, ich mag das auch. Das ist schön. Die Hämse hat meiner nicht gestillt. Ich weiß. Die Hämse hat der Blinktarbeit. Und es fliegt auch ein Trimper aufs Maul. Ich habe wohl die Nächste gestern. Hört mich zum Bösen. Der Kurs wird Dienstag in der Atelier. Wir müssen aber nur zwei Parts machen, aber nicht mehr zwei Parts. Wir nehmen es ja dann irgendwie komplett aus. Also, ich hab's denen heute ein bisschen geile Schuttest gemacht. Ja, das ist schade. Ich meine, ich muss mal helfen. Witzig. Wie leftet das Dolmetschen? Ja, weniger. Das war ein 2-mal wegen der Aufschlussung. Das ist auch immer mal weg. Komm, lass uns ein bisschen spielen. Let's go! Ja, du weißt, es ist nicht längst. Ey, da ist es echt mal ganz reißig mit Ditchtet. Das ist nicht längst. Ja, wie gesagt. Das sind aber auch alles Dinge, die für mich jetzt heute nichts Neues sind. Ich hab das ja schon immer gesagt. Ich hab's mich eigentlich noch beworben, dass ich hier noch sitze. Bin mal gespannt, wie viele, äh, noch nachhinein waren ihre Meinung, vielleicht auch zu ihr. Ja, wie kommt's denn dann? Weil, das ist, glaub ich, so eins dieser Spiele mit den Phänomenen. Also, was ist halt verdammt. Als junger Spiele, du denkst halt, das ist geil. Und das war nicht nur, als du gewähnt hast. Aber es hat so viele Tatenfehler. Und dann gleich erst erkennbar, ein bisschen besser ist. So, wenn du sowas gibst. Du brauchst mich jetzt da. Das ist so ein Teufel. Ja, das ist auch echt so geil. Du brauchst mich nicht mehr von den Phänomenen. Haha, wie schlecht der. Ja, wär doch. Du brauchst mich nicht mehr. Ich sag auch einfach lächerlich, dass du vielleicht diesen, äh, Glücksrad einfach bestimmen kannst, was du erfst. Es hat dann gar nichts mehr mit Glück zu tun. Das ist wahr. Und das finde ich eigentlich schlecht. Eigentlich müsste das wirklich für Glück passieren sein. Und nicht, dass du's einfach abschmeißen kannst. Genau so wie dieser Wurf, ähm, ähm. Also was? Ja, das ist halt eben nicht schlecht. Weil, ja. Die Bonusstille ist aber trotzdem noch interessant. Wir werden sie bekommen. Als erstes geben wir den Mini-Spielstern. Was glaubst du? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben ihn noch verloren. Es sieht folgendermaßen aus. Ich glaube, ich habe ihn. Äh, ein bisschen neu. Ich will aber ein bisschen wieder, äh, Abstand fragen. Ja, dann sehen wir gleich. Jetzt gab's noch ein Ereignis. Den haben wir gelogen. Wobei, sie haben noch auf die Abstandsauber gelandet. Merkst. Ja, für den Abstandsauber gibt's noch eins. Siehste? Au, ein Stern. Ein Stern. Und der letzte ist... Der Wanderstern. Ja, den habt ihr. Den dürften wir noch an uns gerissen haben. 1,000 x 3x Bonbon. Ja. Bestünde. Heftig. Au, immerhin nicht mit Null Sternen raus. Aber sowas wäre halt in anderen Partys auch niemals möglich gewesen. Schon gar nicht, äh, wenn es im Mittelteil ein Teil gab. 12-1, das kann man sich nicht vorstellen. Wo es ist auch eine 2 gegen 2 Party, aber trotzdem. Ja. Früheren Partys waren viel, viel mehr gebalanced. Ja, vor allem, dass du, wie gesagt, dass du halt bei dem Schnarchbonbon genau dingsen kannst. Ja, ne, das ging früher auch schon. Das ist leider auch... Ja, aber dass du bei diesem, ähm, Glücksrad einfach bestimmen kannst, was du würfelst. Das hat dann gar nichts mehr mit Glück zu tun. Dieses Rad. Das fände ich eigentlich schlecht. Eigentlich müsste es wirklich auf Glück basiert sein. Und nicht, dass du es einfach abschmeißen kannst. Genauso wie dieser Wurf, ähm... Ja, so war es ja auch früher. Ja, und das ist halt übelst schlecht, weil... Die Bonus-Sterne sind aber trotzdem noch interessant. Wer wird sie bekommen? Als erstes, wir geben wir den Mini-Spiel-Stern. So was glaubst du? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben ihn noch verloren. Was? Es sieht folgendermaßen aus. Ja, doch. 11-0, klein. Will aber wissen, wie der, äh, abstandbar war. Ja, genau. Sehen wir gleich. Jetzt gibt's noch Ereignis, den haben wir... Wobei, ist ja der immer auf die Abzugshaube gelandet. Ja, bis... Ja, für die Abzugshaube gibt's noch eins. Siehste? Oh, anstatt drei Sternen, ein Stern. Und der letzte ist... Der Wanderstern. Ja, den habt ihr, weil ihr habt's tausend, tausend mal, drei mal Bonbon. Ja. Heftig. Oh, immerhin nicht mit null Sternen raus. Okay. Aber sowas wäre halt in anderen Praxis auch niemals möglich gewesen. Schon gar nicht, wenn es im Mittelteil einen Thai gab. 12-1, das kann man sich nicht vorstellen. Obwohl, das ist auch eine 2-gegen-2-Party, aber trotzdem. Früheren Praxis waren viel, viel mehr gebalanced. Ja, vor allem, dass du, wie gesagt, dass du halt bei dem Schnarchbonbon genau dingsen kannst. Ja, nee, das ging früher auch schon. Das ist leider auch... Ja. 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 Ja.